Alle gleichzeitig habe ich hier, mit dem, was ich für Freitag genommen habe, mit dem, was ich mir heute genommen habe, mit dem ich mir heute gemacht habe, dass ich die Schuld wieder ausgleiche. Ändere ich auch den Dienstplan nicht, das lasse ich alles so stehen wie ich stehe. Dann steht die Gäte anfangs noch. Wenn Jessica anfängt zu springen mit Parcours begangen, ist sie eine Klinik. Also ich würde sagen, wenn ihr Pfeffer springt, so ein bisschen. Oder du bleibst nicht stehen und ruhst uns dann einen Schei danach, bist du bei. Ich spring nicht viel, entweder die Gäte durch oder nicht. Also jetzt über Jahre? Nee, da hat es seit Jahren. In der Schengola. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.